So, lieber Stefan, eigentlich war ja vereinbart, dass die Bier war, er ist offenbar nach den Reden, aber das können wir jetzt nicht wieder zurückreden. Lieber Stefan, sehr geehrte Königsmann Christian II. und Aline I., liebe Mitglieder des Bürgerschützenvereins Brasser, sehr geehrte Majestäten der Brudervereine, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder und selbstverständlich auch, lieber Rolf, Vertreter der Stadtsarbeitsgemeinschaft der Schützenvereine. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Feier anlässlich des 60. Jubiläums des Bürgerschützenvereins 1955 e.V. und gratuliere Euch, liebe Brasserter Schützenbrüder und Schützenschwestern, als gebürtiger Brasserter im Namen der Stadt Mahl ganz herzlich zu diesem grünen Geburtstag. An diesem Ort, wo jetzt das Theater steht, feierte der Verein ja sein erstes Schützenfest. Wurde damals schon gemeinsam gefeiert, getanzt, gelacht und sicherlich auch der Grundstein gelegt für eine aktive und beständige Vereinsgeschichte. Schnell hat sich die Assater Schützenbühne zu einem Platz, einen Platz in der Mahl-Vereinsmannschaft, gesichert und ist auch heute aus dem Stadtreden nicht zurückzulenken. Es überrascht mich nicht, dass an diesem schönen, runden Geburtstag eben viele gekommen sind, um zu gratulieren. Die Schützenbrüder und Schützenschwestern der Brudervereine, Familienangehörige und Freunde der Schützen, einige Bürgerinnen und Bürger, Menschen, die sich dem Schützenwesen verbunden fühlen, einige politische Gäste. Und zwei darf ich nachdenklich noch begrüßen. Die sitzen bei uns am Tisch, die sind bei der Begrüßung noch nicht benannt worden. Zum einen meine Amtsvorgängerin Mutter Heinrich, die also auch hier zu dem Schützenwesen ja immer sehr verbunden war. Und meine Stellvertreterin Angelika Dorne, der hier also aufgekommen ist, ihr Mann ist sogar mitmarschiert worden. Seit 60 Jahren pflegen die Brassater jetzt das traditionelle Schützenbrauchtum. 120 Mitglieder zählt der Verein. Und seit einiger Zeit gehört auch der Bürgermeister zu dem Vereinsgebieter, den Brassater. Was mich besonders freut, weil ich ja schon gemerkt habe, ich bin gebürtiger Brassater. Hier geboren auf der Fangarenstraße, quasi in Wurfweite dieses Platzes. Ich habe mal gehört, jetzt sei die Fangarenstraße in Lippehand. Der Schifahrt würde dort wohnen und naja, da müssen die Brassater gucken, wie sie das machen. Also, Gemeinsinn, Förderung der sportlichen Leistung im Schießsport, Heimatverwundenheit, Nachbarschaftshilfe. Das sind die Schlagworte, die ihr euch als Brassater verbunden fühlt. Der Volksmund sagt, ein Schütze hilft, wo er kann und gibt Schützenhilfe. Das gilt natürlich auch für die Brassater. Auf sie steht es Palast. Jeder mit offenen Armen wird empfangen hier im Verein. Und man ist füreinander da und miteinander da. Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit. In den Medien wird viel auch über den Schießsport diskutiert und gesprochen. Gerade immer auch, wenn etwas Tragisches passiert, wie jetzt jüngst bei den Schützen im Sauerland. Das wünscht man niemandem. Da gibt es eine Debatte um Sinn und Unsinn. Aber ich denke, hier haben die Schützen über viele Jahre bewiesen, dass es eine Berechnung gibt, solch ein Vereinsleben vorzuhalten. Und wenn ich sehe, wie, und das gilt für alle Maler-Schützenvereine, sich die Schützenvereine verdienen mit ihren Stadtteilen, für soziale Zwecke einstehen, für die Heimatpflege einstehen, dann denke ich, ist das etwas Wunderbares. Und dann ist das auch in unserer heutigen schnelllebigen Gesellschaft noch eine wichtige Aufgabe. Ihr bietet generationsübergreifend auch heute noch echte Freundschaft und stärkt die Gesellschaft, den Kind in dieser Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen einmal ein herzliches Dankeschön an die Brassata und alle Schützenvereine in MAHL, die alle Teilen an diesem Ziel arbeiten. Der Verein kann sicherlich auf vieles zurückblicken in den 60 Jahren. Das hat der Vereinsvorsitzende hier auch dargelegt. Wir alle wissen, dass die letzten Monate für den Schützenverein in Brassat nicht gerade nur einfach waren. Es gab eine stürmische See, es gab einen rauen Wind. Aber wie das so ist für euch in Brassat, ihr habt das gemeinsam geschafft, ihr habt das gemeinsam überwunden. Und dieses heutige wunderschöne Fest zeigt ja, die Brassata, die können was, die können was organisieren. Das Bier hat die richtige Temperatur, der Kaffee auch. Und einen herzlichen Dank an all diejenigen, die heute hier am Bier standen, am Kaffetisch und überall beim Aufbau, beim Abbau später dafür gesorgt haben, dass wir so toll feiern können. Ganz herzlichen Dank den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Ich wünsche jetzt dem WSV Brassat und uns als Gäste noch einen schönen Geburtstag. Viel Freude an dem heutigen Fest, viel Freude miteinander an diesem Tag. Alles Gute für die Zukunft. Und demnächst dann auch wieder ein richtiges Schützenfest. Gut Tschüss, Vorredo und Glück auf!